Hallo und herzlich Willkommen! Wir sind heute hier wieder am zweiten Tag hier in Sassenberg. Und die Stimmung ist schon richtig geil. Ich habe vorhin mal kurz ins Kälte geducht. Und da ist schon eine Mordsstimmung. Und ich zeige euch jetzt mal unseren Weg zu unserer unkleiden Kabine. Zu unserer richtig schönen, großen und heute sehr, sehr heißen Zeit. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Klammer. Hier werden die ganzen Jacken ausprobiert. Dann könnt ihr schon ungefähr abschätzen, wie viele da sind. Also es ist mordsmäßig hier aufgelegt. Wir sind jetzt hier quasi im Backstage-Bereich. Und jetzt zeige ich euch hier mal die ganzen Dirndelbluten für die Bedienungen. Da war ich auch sehr überrascht. Das sieht ganz toll aus. Und jetzt laufen wir hier weiter, dann kommen wir hier zur Küche. Und wenn wir hier in diese kleine Tür reingehen, dann finden wir auch schon unsere Unkleidekabine. Ein wunderschöner Raum. Und sehr viel Platz. Hier eine Uhr. Laut dieser Uhr haben wir jetzt noch genau 25 Minuten, bis unser geiler Auftritt startet. Und ich würde sagen, die nächsten Bilder seht ihr gleich. Und ich würde sagen, die nächsten Bilder. Und ich würde sagen, die nächsten Bilder. Und ich würde sagen, die nächsten Bilder. Und dann sanktol proven eine, die ganze Gas.